Lieber Gast, Sie haben ein E-Bike gemietet bei Ihrem Hotel oder zur Verfügung gestellt bekommen. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Das ist ein Hard-Dyle-E-Mountainbike, das hat vorne eine Federgabel. Und Sie können diese Federgabel blockieren, indem Sie den Knopf nach rechts drehen oder wieder zudrehen. Dann ist die Federgabel blockiert. Wichtig ist, dass Sie während dem Fahren zwei Finger, ein oder zwei Finger an Bremshebel haben, damit Sie bequem bremsen können, wenn ein Hindernis kommt. Dann haben Sie auf der rechten Seite eine Klingel und auf der linken Seite haben Sie die Bedienungseinheit. Die Bedienungseinheit können Sie oben anschalten. Dann drücken Sie einmal kurz drauf, zwei Sekunden warten. Dann haben Sie auf der linken Seite eine Plus- und eine Minustaste. Wenn Sie die Plus-Taste drücken, können Sie bis rauf zum Turbo-Modus. Wenn Sie im Turbo-Modus sind, haben Sie die dreifache Unterstützung von Ihrem Gewicht. Wenn Sie wieder runtergehen am Minus, dann geht es runter bis auf Off. Also Turbo, Eco und dann gehen Sie runter auf Off und dann können Sie einfach oben wieder das Display ausschalten. Wichtig ist, wenn Sie fahren, dass Sie während dem Schalten, wenn Sie voll in die Pedale reintreten und der Strom, der Motor volle Leistung gibt und Sie gleichzeitig schalten, kann es passieren, dass Sie die Kette reissen. Bitte sind Sie ein bisschen vorsichtig, wenn Sie schalten, dass Sie nicht unter Volllast schalten. Was Sie auch noch machen können, Sie können mit dem Schnellverschluss den Sattel höher verstellen, indem Sie den Verschluss aufmachen, Sattelstütze hoch- oder runterfahren und den Schnellverschluss wieder schliessen. Das ist alles, was es zu sagen gibt. Ich wünsche Ihnen eine abenteuerliche Ausfahrt. Danke. 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 Danke.